Ihre IT-Infrastruktur muss vor allem eins – stabil, sicher und hochverfügbar funktionieren. Damit das so bleibt, überwachen wir Ihre IT-Netzwerke rund um die Uhr. Wir erkennen und klassifizieren alle Netzwerkelemente und entdecken sofort, falls eine Störung droht. In unserem Skytel Network Operations Center. Das Skytel Network Operations Center, kurz NOC, ist unsere Kommandozentrale und von dort unterstützen wir die Netzwerke unserer Kunden. Sollten wir ein Problem in Ihrem Rechenzentrum oder einem anderen Netzwerkelement festgestellt haben, gibt eine genaue Fernanalyse Auskunft über den Umfang des Problems. Wir sind Ihr Ersthelfer. Sie erhalten einen ersten Schadensbericht und wir unterstützen Sie bei allen erforderlichen Handlungsmaßnahmen. Und das sofort. Auch notwendige Softwareanpassungen werden angezeigt und von uns unmittelbar umgesetzt. Unsere Mitarbeiter arbeiten nach einem definierten Störungsablauf und prüfen, ob das Problem remote gelöst werden kann oder ob ein Vor-Ort-Einsatz notwendig ist. So beugen wir Betriebsunterbrechungen vor und reagieren bereits, bevor Ausfälle eintreten. Die Netzwerkverfügbarkeit wird für Sie transparent im Kundencenter dargestellt. Wie die Systeme unserer Kunden sind auch wir 24-7 verfügbar. Und Sie bemerken von Störungen oftmals nichts. Zufriedene Kunden stehen bei uns im Mittelpunkt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017